Hallo Leute, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und zwar ein Fashion Haul. Ich habe unter anderem dieses Teil neu. Ich habe extrem viel gekauft. Das war eigentlich so gar nicht geplant. Und zwar war ich letztens in der Stadt. Ich habe eingekauft bei Reserved, bei Beershka, bei TK Maxx und auch noch bei anderen Läden und teilweise auch noch im Internet bestellt. Also ja, recht viel. Und ich würde sagen, wir legen am besten direkt mal los. Nochmal kurz vorab, bevor wir anfangen. Schaut unbedingt am Mittwoch, also am 25.01. beim Snapchat-Kanal von DM Deutschland vorbei. Ich schreibe euch gerne nochmal hier hin, wie der Snapchat-Kanal genau heißt. Und ja, an diesem Tag habe ich ein Snapchat-Takeover. Das heißt, ich übernehme den Snapchat-Kanal von DM, nehme euch mit in meine DM-Filiale, zeige, was wir so machen und was so eine Ausbildung bei DM ausmacht. Und ich würde mich freuen, wenn da ganz viele von euch dabei wären. Fangen wir mal an mit den Sachen von Reserved. Und zwar habe ich mir hier drei Sachen gekauft. Zum einen mal diese Bomberjacke. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass Bomberjacken an mir total blöd und öde aussehen. Und die hier hat aber einen Schnitt, das hat mir ganz gut gefallen. Und dann habe ich die natürlich gleich mitgenommen. Weil sonst habe ich nie eine Bomberjacke gehabt, die schön sitzt, weil die immer hier hinten dann immer so so waren. Und dann kommt mein Popo und dann sah das immer so blöd aus, wisst ihr? Und die hier hat jetzt noch 19,99 Euro gekostet. Und ich finde, das ist ein Schnäppchen dafür, dass es auch ein echt schöner Stoff ist. Dann machen wir weiter mit diesem Teil hier. Und zwar ist das so, ja, so zum Drüberziehen. Ich würde sagen, so eine Mischung aus Cardigan und Jacke. Und das ist so ein bisschen komisch zum Schließen. Dann kann man das hier oben in diesen Verschluss so reinklipsen. Auf jeden Fall gefällt mir dieses Jäckchen super gut. Und ich glaube, dass man es richtig cool kombinieren kann und dass das so ein toller Eyecatcher ist. Und dafür habe ich jetzt noch 29,99 Euro gezahlt. Dann habe ich eine Bluse gefunden, die ist so cool. Ich habe sowas so lange gesucht und nirgends gefunden. Und zwar ist es so eine Art Karohemd. Aber es ist deutlich länger. Das heißt, es ist auch super, weil man zum Beispiel Leggings drunter anziehen kann. Und man kann auch, wenn einem das zu lang ist, hier vorne so eine Seite in die Jeans zum Beispiel reinstecken. Und ich finde, das sieht einfach total cool und lässig aus. Und ich habe sowas echt so lange gesucht und nirgends gefunden. Und jetzt im Sale, also besser geht es gar nicht, ich habe dafür jetzt noch 7,99 Euro gezahlt. Und das war wirklich ein Schnäppchen. Und es ist total ein schöner weicher Stoff. Und ich bin total verliebt in diese Bluse. Jetzt kommen wir zu den Sachen von Bershka. Und zwar habe ich dieses Oberteil hier bei Bershka gekauft. Ich zeige es euch mal kurz hier so. Und zwar ist es so durchsichtig mit so einem Spitzenstoff. Und da war eigentlich so ein Basic Top drunter. Das ging aber nur bis hier hin. Und das hat mir dann nicht so gut gefallen. Und deswegen habe ich das rausgeschnitten und ein eigenes Basic Top drunter angezogen. So gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und auch diese Details hier finde ich super schön. Und hierfür habe ich jetzt noch 7,99 Euro gezahlt. Und ich habe auch noch ein Sport-T-Shirt gefunden. Ich weiß nicht, ob es vielleicht manche mitgekriegt haben. Ja, ich kann mich jetzt mittlerweile echt zum Sport begeistern und das macht mir Spaß. Und irgendwie bin ich so voll motiviert und gehe ins Fitness. Und da braucht man natürlich auch schöne Sportklamotten. Und da habe ich dieses hier gefunden. Das sieht von vorne aus wie so ein schwarzes, ganz einfaches Top. Hat aber hinten so ein Cutout, wo man dann auch den Sport-PH hinten sieht, weil der ja so in der Mitte normalerweise entlang geht. Und hat hier auch so ein Mesh-Stoff, also so ein bisschen durchsichtig im oberen Bereich. Das hat jetzt noch 7,99 Euro gekostet. Und was ich auch super cool finde, ist, dass es hier an der Seite eine kleine Tasche hat, wo ich zum Beispiel meine Karte für den Sport reinmachen kann. Und bevor ich die irgendwo liegen lasse bei einem Gerät, ist es doch super, wenn ich die ins T-Shirt reinmachen kann. Deswegen war das für mich auch hier ein totales Schnäppchen und das fühlt sich an wie so ein richtiger Sportstoff. Ich glaube, der saugt so den Schweißnetz so auf. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich mich auch sehr über dieses Schnäppchen hier gefreut. Dann war ich auch noch bei GK Maxx. Das werden wohl einige mitgekriegt haben, denn ich habe auch auf Snapchat und Instagram gefragt, ob ich die Teile nehmen soll. Ich bin mir bei manchen immer noch so ein bisschen unschlüssig. Da könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn von den Sachen haltet oder auch generell, was euer Lieblingsteil so ist. Und zwar habe ich mir jetzt die drei Sachen gekauft, die ich gezeigt habe. Und zwar ist jetzt einmal diese Jacke. Das ist so eine schwarze, bisschen Oversize. Innen hat die so Teddyfell, also total kuschelig. Die ist jetzt von Sisley. Und für die habe ich noch 30 Euro bezahlt, was ich voll okay finde für eine Jacke. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die so perfekt sitzt. Deswegen habe ich mir noch überlegt, ob ich sie zurückgebe. Und jetzt habe ich gesehen, dass die Kassiererin das Dings hier weggemacht hat. Normal ist da ja immer so ein Zettel dran. Und der ist an der Jacke nicht mehr dran. Und jetzt denke ich mir so, toll, jetzt muss ich sie behalten. Aber gut, dann muss ich sie halt behalten. Und mir die Entscheidung abgenommen. Und dann habe ich noch diesen Pulli hier. Da bin ich auch echt noch am überlegen. Ich finde den echt schön und der ist auch sehr schlicht. Aber der kostet halt auch sehr viel. Man muss dazu sagen, es ist 100% Kaschmir. Ich bin großer Kaschmir-Fan. Und dafür ist der Preis eigentlich echt günstig. Aber der kostet halt trotzdem noch 65 Euro. Und das ist halt schon viel für einen Pullover. Aber der ist aus Kaschmir. Und der hält schön warm. Und der sieht schön aus. Und ich hatte einen Gutschein von TK Maxx. Ich versuche mich jetzt voll rauszureden. Aber ich glaube, ich werde ihn behalten. Weil der schon echt schön ist. So mit einem Basic Top einfach drunter. Ich habe zu viel eingekauft, Leute. Ich sage es euch. So, nächstes Oberteil. Und zwar war das auch bei TK Maxx. An den Ärmeln hat es solche Cutouts. Und hier unten ist es am Ärmel so gebunden. Ich finde, das sieht halt außergewöhnlich und schön aus. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob rot so meine Farbe ist. Weil ich ja eh schon so blass bin. Aber ich würde gerne nochmal eure Meinung hören. Weil ich finde es eigentlich mega, mega schön. Und ich habe nur ein bisschen Angst wegen der Farbe. Aber da könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr von der Farbe an mir so denkt. Und dieses rote Oberteil hat jetzt noch 17 Euro gekostet. Also 16,99 Euro. Und ich finde, das ist halt für eine Bluse, das ist halt echt okay, ne? Dann kommen wir zu meinem Einkauf im Internet. Also ich habe noch mehr in der Stadt gekauft. Aber das zeige ich euch dann danach. Und zwar habe ich mir Sachen bei SheInside bestellt. Und zwar ist das einmal dieser dünne Mantel. Also der ist echt so, gerade so zum drüberziehen, eher so im Sommer, denke ich, gedacht. Was mir allerdings nicht aufgefallen ist auf der Seite, dass der so einen langen Kragen vorne hat. Weil das ist jetzt nicht unbedingt meins. An sich finde ich es schön, aber der Kragen vorne stört mich ein bisschen. Muss ich mir mal überlegen. Aber vielleicht kriege ich das doch ganz cool kombiniert hin. Und dann habe ich noch ein Kleid. Es ist ein sehr dünnes Kleid. Aber ich glaube, dass es cool aussehen kann. Und zwar ist da auch nichts installiert. Gar nichts. Ich glaube, dass es cool aussieht mit so Stiefeln, so vielleicht ein bisschen Overnies und dann eine Strumpfhose drunter und dann einfach dieses Kleid drüber und eine Jacke halt. So ein, zum Beispiel so eine Lederjacke. So was in der Art. Ich glaube, das kann sehr, sehr cool aussehen. Auf jeden Fall habe ich mich in dieses Teil verliebt und finde es sehr, sehr schön. Die ganzen Sachen findet ihr auch nochmal übrigens in der Infobox. Da findet ihr die Links zu den Produkten. Und jetzt kommt ein Shirt. Das kennt ihr bestimmt schon, denn das habe ich auch schon mal angehabt, weil die Bestellung schon wieder ein bisschen her ist. Und zwar dieses Oberteil. Ich liebe, 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 liebe es. Leute, ich wollte genauso eins haben und dann habe ich es auf SheInsight entdeckt. Ich habe es mir direkt bestellt. Und zwar ist das so eins, das vorne so aufgeschlossen ist mit so einer Schnürung. Und ich finde das so toll. Und ich habe auch schon Bilder damit auf Instagram und habe das auch schon mal in einem Video angehabt. Und ich bin so froh, dass ich mir das gekauft habe, weil es so ein hübsches Oberteil ist. Und das kann man zu allem kombinieren. Es sieht immer cool aus. Und das ist, glaube ich, so einer meiner Lieblingsteile mittlerweile. Und ja, bin ich so happy, dass ich das gekauft habe. Und ich war noch beim H&M. Ich bin eigentlich nicht so der riesen H&M Fan, aber wenn ich reingehe, finde ich zwischendurch auch mal was. Und ich habe gefunden ein Basic-T-Shirt in einem wunderschönen Tannengrün. Und das hat noch 2 Euro gekostet, weil es im Sale war. Und ich dachte mir, ach komm, Basic-T-Shirts kannst du immer brauchen. Wenn nicht, ziehst du es auf der Arbeit an. Und von dem her war das für 2 Euro echt mega günstig. Und dann habe ich mir noch einen Cardigan gekauft. Und zwar ist der so ein bisschen oversized. Und ein ganz langer Cardigan ist es. Der ist so total schön zum Reinkuscheln für zu Hause oder auch über so ein Kleid, damit es so ein bisschen lässiger aussieht mit so Booty und so und einem Schal. Finde ich total cool. Der hat noch 20 Euro gekostet und ich bin total verliebt in diesen Cardigan. Der ist auch so in einem dicken Strickstoff und ja, finde den richtig, richtig schön. Dann dürfen in einem Fashion Haul natürlich auch Schuhe nicht fehlen. Die habt ihr wahrscheinlich auch schon bei mir auf Snapchat gesehen. Ich bin so froh, dass ich die gefunden habe. Und zwar habe ich mir die auf Amazon bestellt. Die sind von Timberland und ich wollte die schon so lange haben in diesem Grau, weil dieses Braun ist einfach nicht so meine Farbe. Das finde ich schwierig bei mir zu kombinieren. Und dann habe ich die in Grau gefunden. Und dann haben die auf jeden Fall mal über 200 gekostet. Ich glaube 250 Euro oder so. Ich dachte mir so, ach komm Leder, so viel gibst du jetzt nicht für Schuhe aus. Das kannst du nicht bringen. Und dann waren die hier reduziert auf 150 Euro. Ich weiß, es ist immer noch viel für Schuhe, aber es sind Winterschuhe. Die halten schön warm. Es sind Timberlands. Das ist echt Leder. Und für 150 Euro für echt Leder Schuhe kann man halt echt nichts sagen. Und auch noch Markenschuhe. Und dann dachte ich mir, okay, hast du wieder neue Schuhe. Aber ich habe die echt oft an und bin total happy mit denen. Und hallo, die sind ja immer wunderschön. Da kann ja echt keiner was sagen. Und ich bin super froh, dass ich mir die gekauft habe, weil ich glaube, das würde ich echt bereuen, wenn ich die nicht gekauft hätte. Und jetzt habe ich noch zwei Sachen. Die sind sich sehr ähnlich. Ich bin irgendwie so ein bisschen im Poncho-Fieber. Und zwar habe ich einmal einen ganz grauen Poncho gekauft. Der hat auch hier vorne solche komischen Bommel-Enden. Und der hier war von Pieces und hat, glaube ich, noch 10 oder 15 Euro gekostet. Und grau kann man ja wohl bestens mit allem kombinieren. Sieht auch cool zu den Timberlands aus. Und dann habe ich noch einen Poncho gekauft bei I.M. Also diesem Schmuckladen. Der hat vorne auch solche Kordeln dran. Und der ist eben so in Rosé, Braun, Grau. Und den finde ich auch sehr, sehr schön. Der hebt auch so ein bisschen jedes Outfit, finde ich. Und für die kommenden Frühlingstage, glaube ich, ist es super gut. Jetzt gerade ist ja ein bisschen kalt draußen, so für den Poncho. Aber danach ist es auf jeden Fall ein Must-Wear für mich. Und das war es auch schon mit meinem Fashion Haul. Sagt mir mal, was euer Lieblingsteil ist von den Sachen, die ich jetzt gezeigt habe. Also was ihr am coolsten findet. Und welche Teile ihr nicht so gut findet. Und bei den TK-Maxx-Sachen sagt ihr mir mal bitte, ob ich die alle behalten soll oder wie ihr das seht. Da würde ich einfach mal gerne wissen, was ihr dazu sagt und ob ich die alle behalten soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag in meinem nächsten Video.